Einen wunderschönen guten Morgen und gesegneten Sabbat euch allen. Es ist ein Vorrecht, dass wir hier zusammensitzen dürfen und dass wir Gott anbeten können im Geist und in der Wahrheit. So wie Jesus es sagt, das ist das Merkmal der wahren Anbeter, so sagt er selber zu der Samariterin. Und ich hoffe, dass das uns heute gelingt, dass wir bei allem, was wir in dieser Zeit alles erleben, durchdenken und verarbeiten, dass wir unseren Fokus nicht verlieren, worum es wirklich geht. Dass es darum geht, dass wir Gott immer besser erkennen, seinen Willen und seinen Plan für uns. Denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, 3. Und wenn wir heute Morgen Gottesdienst zusammen feiern oder die Predigt, die Studium, das gemeinsame Wortstudium gemeinsam erleben, dann ist es mein Wunsch, dass das dazu beiträgt, dass wir das erleben, dass wir dadurch Gott und seinen Plan besser erkennen mit uns und mit unseren Familien, mit unserer Gemeinde, mit dieser Welt. Der Text, der uns leiten soll, durch dieses Studium, gemeinsames Studium, den finden wir in Matthäus 13, 16 und 17. Matthäus 13, 16 und 17. Und ich werde euch heute bis auf dieses Bild hier keine Präsentation heute Morgen zeigen. Denn ich will ganz bewusst das, was wir studieren, an der Bibel erarbeiten. Und da wünsche ich mir so sehr, dass alle, die eine Bibel dabei haben, heute Morgen davon Gebrauch machen. Es ist gut, auch vieles zu sehen visuell, aber es ist noch besser und tut unseren Gehirnzellen gut, wenn wir selber das Wort aufschlagen und wenn wir darin lesen, was wir hören, so dass es mit allen Sinnen erfasst wird, das Wort Gottes. Und dort in Matthäus 13, Vers 16 und 7, da heißt es, aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wir haben einen ähnlichen Text, der uns in der Offenbarung gegeben wird, der genauso davon spricht, von der Bedeutung unserer Ohren. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Das soll unser Gedanken sein, heute Morgen durch das Bibelstudium. Zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, die wichtiger war als jetzt, genau hinzuhören, was der Geist der Gemeinde sagt. Uns auch individuell. Und ich glaube daran, fest bin ich davon überzeugt, dass wenn der Geist zur Gemeinde spricht und der Geist zu uns spricht, dass irgendwo eine Harmonie geben muss. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist mir was offenbart und der Gemeinde was ganz anderes zeigt oder umgedreht. Der Geist ist in sich nicht uneins. Und das ist meine Hoffnung, dass wir die Ohren aufmachen, in dieser Zeit jetzt zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und uns heute Morgen hoffentlich. Ja, das Bild, das ihr hier seht, hat mit dem zu tun, was in der Kernbotschaft hoffentlich heute bei uns im Herzen ankommt oder vielleicht darüber hinaus sogar der Geist uns zeigen will. Am 11. September 2001 geschah etwas Außerordentliches und wir wissen das, wir brauchen nur den Termin nennen und schon klickt es bei uns im Kopf. Wir brauchen nur sagen 11. September und wir denken an was? Natürlich, 9-11 und diese schreckliche Katastrophe damals in New York. Mein Sohn, der Joshua, der war schon vor dem Ereignis geboren. 11. September ist bei mir erstmal der Geburtstag meines Sohnes. Aber wir denken da dran und damals geschah etwas Außergewöhnliches. Etwas, was nicht so in den Medien berichtet wurde. Michael Hingson, den seht ihr hier, befindet sich am 11. September im 78. Stockwerk des World Trade Centers Nordtum, als die Katastrophe geschieht. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist Michael Hingson blind. Und er greift zum Halsband seiner Hündin, Roselle. Ihr seht sie hier bei ihm. Und sie war zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre seine Augen, würde ich mal sagen. Seine Leithündin, Blindenhund. Und dank ihr gelang es Michael Hingson in nur 48 Minuten, das muss man sich mal überlegen, in 48 Minuten sich aus dem Gebäude zu retten. Wenn wir überlegen, 78 Stockwerke, wer mit der Bautechnik ein bisschen Ahnung hat, der weiß, dass Industriegebäude, dass die Stockwerke etwas höher sind als in Privathäusern. Also wenn wir mal so knapp um die vier Meter annehmen und sich das mal addieren mit 78 Stockwerken, da kommen wir auf eine stattliche Höhe. Und ich weiß nicht von uns, die wir hier sehend sind, wer von uns das schaffen würde, 78 Stockwerken in knapp einer Dreiviertelstunde. War schon mal jemand in so einem hohen Gebäude? Nicht im Fahrstuhl. Ist jemand mal ein Hochhaus hochgegangen mit zehn Stockwerken? Zu Fuß nicht mit einem... Das geht ganz schön auf die Pumpe, oder? Sogar ohne Maske. Und das sind 78 Stockwerke. Und als Blinder, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sicher, ob das alle von uns schaffen würden, in 48 Minuten 78 Stockwerke. Aber er war blind. Das war für mich schon fast ein Wunder, als ich das las in seinem Buch. Aber das Beeindruckendste, was ich las in seinem Buch, das er danach schrieb, geschieht außerhalb des Gebäudes. Als Michael Hingson auf das Plaza des World Trend Centers hinauskommt, aus der Lobby und er in eine Situation kommt, die schrecklich ist. Chaos um ihn herum. Menschen schreien, die weinen. Und er hört, und Blinde haben viel ausgeprägteres Gehör als Sehende. Er hört um sich herum, wie Menschen verletzt werden. Sie schreien, ja sogar Leute, so berichtet er, sterben um ihn herum. Glassplitter, Fensterscheiben, Bruchstücke kommen runter mit ungeheurer Geschwindigkeit und treffen Menschen. Und er kommt jetzt raus, eine Dreiviertelstunde, das grenzt an ein Wunder, dass dieser Mann aus dem Gebäude rauskommt. Viele sind gar nicht rausgekommen. Die meisten sind nicht rausgekommen. Und als er jetzt auf dem Plaza da draußen um sich herum dieses Chaos hört und dieses Leid um sich herum hört, hat er nur einen Gedanken. Nämlich, dass er sterben wird. Und dann schreibt er, ich zitiere mal aus seinem Buch, Wir rannten. Und ich dachte, Gott, ich kann nicht glauben, dass du uns aus dem Gebäude gebracht hast, nur damit es auf uns fällt. Das ist ein Zitat aus seinem Buch. Übrigens, ein tolles Buch. Wer damit anfängt, der kann nicht mehr aufhören. Das Buch kann man nicht mehr weglegen. Wer das mal sich besorgen will oder es kennt, das heißt im Deutschen Held auf vier Pfoten. Oder im Englischen, wer lieber Englisch liest, Thunderdog. Also eigentlich geht das Buch mehr um seine Hündin. Aber es ist fantastisch. Und ich habe vor allem Kinder, ich habe das mit meinen Söhnen gelesen, als sie noch kleiner waren, ganz tolles Buch. Und man lernt viel über Gott in diesem Buch. Nun zurück zu dem, was da geschieht. Als er dort jetzt in Panik ist und denkt, er stirbt jetzt und nicht mehr genau weiß, was er tun soll, hört er plötzlich eine kleine, leise Stimme, die ihm ganz deutlich zu ihm spricht. So klar, sagt er in seinem Buch, als wenn jemand neben ihm gestanden hat. Und diese Stimme sagt er folgendes. Mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst. Konzentriere dich auf das Vorwärtsgehen mit Roselle. Der Rest erledigt sich von selbst. Zitat Ende. Interessante Aussage, oder? Und er sagt folgendes. Ich zitiere ihn. Ich hätte diese Stimme ignorieren können. Ich hätte jede Menge Dinge tun können. Aber ich tat das, was Gott sagte. Er schreibt in seinem Buch, dass er ganz sicher war, dass Gott ihm an diesem Tag das gesagt hat. Er war vorher nicht ein sehr gläubiger Mensch. Und dann sagt er, Roselle und ich haben zusammengearbeitet und wir haben es gut überstanden. Und jetzt macht er genau das, was die Stimme sagt. Die Stimme sagt ihm, mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst. Konzentrier dich auf das Vorwärtsgehen mit deinem, ich sag jetzt mal, mit deinem Führer. Denn das war Roselle an diesem Tag. Sie war seine Augen. Sie war letztendlich diejenige, die ihn führte. Und das ist beeindruckend. Was für ein Gleichnis, dachte ich mir, als ich das hörte und las. Das erste Mal dachte ich, was für ein Gleichnis für eine blinde Gemeinde. Denn in der Offenbarung lesen wir, am Ende der Geschichte, die letzte Phase vor der Wiederkunft Jesu, spricht Gott zu seinen Gemeinden. Wir haben sieben Epochen, die beschrieben sind, von Ephesus bis hin nach Laodicea. Und die letzte Gemeinde ist diejenige, die die Wiederkunft Jesu erleben wird. Und zu dieser Gemeinde spricht er. Und in all den Phasen der Weltgeschichte, also der Christenheit, der Geschichte seines Volkes, von der Himmelfahrt Jesu an, spricht Gott zu seiner Gemeinde. Ja oder nein? Nein. Es steht doch jedes Mal, jede Gemeinde hat besondere Herausforderungen. Jede Gemeinde bekommt besondere Ratschläge. Die meisten Gemeinden bis auf eine bekommen sogar Tadel. Aber in allen Gemeinden steht immer das Gleiche, was derjenige, der sich vorstellt, er heißt immer anders Jesus, in jeder Epoche, Zeitgeschichte, stellt er sich anders vor. Aber in jeder Gemeinde endet die Botschaft Jesu an seine Gemeinde. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Es scheint elementar zu sein, in jeder Epoche, wo Christen sich führen ließen durch Gott und sich orientiert haben an der Bibel, dass sie auf das hören, was der Geist Gottes uns sagt in dieser Zeit, was besondere Wahrheit ist. Und ich denke, es ist etwas, was wir heute lernen sollten und was ein wunderbares Gleichnis ist für uns als eine Gemeinde, die beschrieben wird in Laodicea als blind. Eine Gemeinde in einer Notsituation. Eine Gemeinde umgeben inmitten von Terror. Und ich glaube, das ist nicht übertrieben. Macht den Fernsehen an. Schaut, ob ihr das seht. Was der Mann damals auf dem Plaza erlebte, er erlebte Chaos, Durcheinander, Orientierungslosigkeit von Menschen. Er hörte Terror, Chaos. Und wir sind umgeben von denselben Dingen, die Michael Hingson erlebte. Umgeben von Zeichen, die ankündigen, dass die Weltzeit zu Ende geht, ihr Lieben. Ich möchte hier ziemlich klar zum Punkt kommen. Egal, wer wir sind, wer wir hier sitzen. Wir können die Sachen ausblenden, aber es wird nichts ändern. Selbst Menschen, die die Bibel nicht lesen, merken, dass hier was nicht stimmt. Dass wir auf etwas zugehen, was in der Bibel schon lange beschrieben ist. Dass Jesus Christus bald wiederkommt und die Welt, so wie sie jetzt tickt, so nicht lange weitergeht. Eine blinde Gemeinde. Doch obwohl Laodizea blind ist, so sagt uns die Bibel, und das sind nicht die Kirchen überall und die anderen Religionen. Das wird in der Offenbarung als Babylon beschrieben, die dem Irrtum nachgehen. Die Hure und die kleinen Huren, darüber will ich jetzt gar nicht auslegen groß, das müssen wir in einem anderen Thema oder für sich selbst jeder machen. Der Punkt ist, Laodizea ist nicht irgendeine abgefallene Religion oder irgendeine abgefallene Kirche. Laodizea wird angesprochen als mein Volk. Das sind diejenigen, die sich leiten lassen von der Bibel in der Zeit vor der Wiederkunft. Und ich sage das deswegen so deutlich, auch gerade dem bekennenden Volk Gottes, zu dem wir uns zählen. Wenn ich mich nicht dazu zählen würde, würde ich heute nicht jetzt hier stehen und euch etwas sagen, weil ich würde woanders sein und würde schauen, wo ist Gottes Volk. Ich bin der Überzeugung, dass die Adventgemeinde einen besonderen Auftrag hat in dieser Welt. Doch wie bei Michael Hingson liegt die Herausforderung und die Lösung nicht daran, ob man blind ist, sondern ob man bereit ist, der Stimme zu gehorchen, die uns mitteilt, worauf es jetzt ankommt in dieser Phase der Weltgeschichte. Wisst ihr, wir haben so viele Organe und ich weiß hier zumindest von einer Person, dass sie medizinisch ausgebildet ist. Ich kenne ja euch nicht, die meisten. Es ist interessant. Der Schöpfer hat uns ja mit wunderbaren Organen und Körperteilen. Wir sind ja ein Wunderwerk, ein Meisterwerk als Menschen. Und es ist interessant, das mal zu erwähnen, dass jedes Organ, jedes Organ im Körper eine Ruhephase hat. Irgendwann ruht. Unser Körper schläft nachts. Selbst die Augen machen zu. Nicht nur nachts, sondern wenn wir blinzeln und zumachen, hat das Auge auch mal eine Ruhepause. Es muss nicht sehen. Es macht Pause, wenn es nur für einen Bruchteil von einer Sekunde ist. Alle Organe in unserem, selbst als ich gefragt habe, egal wo ich hingehe und ich frage, und ich frage euch auch, kennt ihr ein Organ, das keine Pause macht? Meistens kommt die Antwort, das Herz. Falsch. Das Herz macht Pausen. Es pumpt. Und wenn es sich zusammenzieht, hat es einen Ruhemoment. Wir nennen das nicht Ruhe, weil es immer pumpt. Aber es gibt einen Ruhemoment. Es ist so. Selbst ein Pendel von der Uhr hat einen Ruhemoment. Das wissen nur die Physiker. Denn das Pendel ist ja, wenn es pendelt, bekommt es Lageenergie. Durch die Bewegungsenergie bekommt es Lageenergie. Die Lageenergie wird wieder umgewandelt in Bewegungsenergie. Und so geht es immer hin und her. Aber das Pendel hat, für einen Bruchteil einer Momentis, hat es einen Ruhepunkt, wo es sich nicht bewegt. auch wenn das für dein Auge nicht so wahrgenommen wird. Aber es ist so. Auch das Herz hat einen Ruhepunkt. Aber es gibt ein Organ, das Gott geschaffen hat, das niemals ruht, solange ihr lebt. Sogar schon bevor ihr geboren werdet, pränatal. Funktioniert das. Es ist das erste Organ, das ist nicht das erste, aber ja, wirklich ausgebildete Organ. Und das wird nie wieder aufhören zu funktionieren, bis ihr sterbt. Und das ist unser Ohr. Und ich denke mir, Gott hat sich dabei was gedacht, warum er ausgerechnet dieses Organ niemals ruhen lässt. Denn würde es ruhen, zum Beispiel nachts, wenn ihr schlaft, dann würdet ihr den Wecker nicht hören, der morgens klingelt. Aber ihr hört ihn, weil das Ohr wach ist. Euer Gehirn ist runtergefahren. Euer Gehirn ist ja auch in gewisser Weise nie ganz abgeschaltet. Aber es hat Ruhephasen. Aber euer Ohr ist immer da. Und ich denke mir, Gott hat sich dabei was gedacht, warum er das Ohr offen hält. Und er hat uns gleich zwei davon gegeben. Und das ist wichtig, dass wir die Stimme hören. In Jesaja 30, Vers 20 gibt es eine Verheißung, die würde ich gerne mit euch lesen. Jesaja 30, 20, 21. Wer die Bibel hat, bitte mit aufschlagen. Ich werfe diese nicht an die Wand. Ich kann jetzt auch schnell das wieder umschalten. Auf erweitert. Auf duplizieren. Und jetzt kann man es eigentlich ausmachen. Jetzt braucht man es eigentlich gar nicht mehr. Dann seid ihr nicht so abgelenkt. Jesaja 30, 20 und 21. Und der Herr wird euch, hört euch mal diese Verheißung an, wird euch in Trübsal Brot und in engstem Wasser geben. Dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen müssen. Hochinteressant. Ich wusste noch gar nicht, dass es eine Phase in der Weltgeschichte gab, laut der Bibel, wo der Lehrer Israels, der Lehrer des Volkes Gottes, sich verstecken musste, sich verbergen musste. Nur ein Interessantes, ich will darauf nicht näher eingehen, aber der Lehrer in der Bibel ist sehr klar, wer unser Lehrer ist. Die Bibel ist hier sehr deutlich. Was sagt die Bibel, wer unser Lehrer ist? Nun, einmal Jesus, Johannes 8, 31. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Jünger auf Griechisch, Mateteis heißt Schüler, Lehrer, Schüler. Aber die Bibel macht ganz deutlich und auch Jesus im Neuen Testament in Johannes 16, dass er sagt, wenn er geht, wird er den Tröster zurücklassen und er wird uns in alle Wahrheit führen. Er ist der Lehrer. Interessant auch der hebräische Name Ruach. Ruach, wörtlich übersetzt, ist der Name, der bei der Schöpfung Rachen, Kehle bedeutet, heißt aber auch im Hebräischen Atem oder Wind oder laut Wortebuch Lehrer. Und das ist das, was die Bibel uns kommuniziert. Der Geist ist unser Lehrer. Er führt uns in alle Wahrheit. Und hier heißt es, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo der Lehrer sich nicht mehr verbergen muss. Dann heißt es in 21, Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören vom Lehrer. Dies ist der Weg, den geht, weder zur Rechten noch zur Linken. Hochinteressant, oder? Dass der Lehrer, dass Gottes Geist uns den Weg zeigt, den wir gehen sollen. Und zwar in jeder Phase des Lebens, auch dann, wenn wir nicht mehr wissen, was wir genau tun sollen. Und ich hätte mir gewünscht oder wünsche mir so sehr und ich bete darum persönlich für mich und meine Familie, dass der Heilige Geist, dass Gott uns durch den Geist in dieser Zeitphase jetzt momentan genau zeigt, was wir zu tun haben als Familie und individuell. Betest du auch darum? Glaubst du, dass Gott uns auch auf solche banale Fragen, Antworten gibt, wie wir uns verhalten sollen in der Öffentlichkeit, in der Gemeinde, privat, egal wo, dass er uns das zeigt? Interessant ist, was die Folge sein wird. Schaut mal, was wird die Folge sein, wenn wir diese Stimme hören? Was wird die Folge sein? 22. Und ihr werdet entweihen eure übersilberten Götzen und eure goldenen Hüllen, eure Bilder, ihr werdet sie wegwerfen wie Unrat und zu ihnen sagen, hinaus. Ist das nicht interessant? Wie plötzlich dadurch, dass wir Gottes Stimme hören, zu Handlungen bereit sind, die wir sonst nicht bereit wären, uns von Dingen zu trennen, die unser Leben beeinträchtigen, uns behindern daran, anzuwachsen? Gottes Geist lenkt jetzt die Aufmerksamkeit seines Volkes und seiner Kinder auf das, worauf es ankommt in der allerletzten Zeit. Worauf kommt es denn jetzt an? Was ist denn gegenwärtige Wahrheit? Was ist die Wahrheit, die momentan im Vordergrund steht? Bei all den Dingen, die wir lernen und wissen können. Ich glaube, es ist zu erkennen, dass die Zeit und Gottes Abschlusswerk zu Ende gehen. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige gegenwärtige Wahrheit ist. Weiß ich das? Ist mein Fokus momentan darauf gerichtet, dass Gottes Werk jetzt zum Ziel kommt, zum Abschluss, dass er kommen kann? Oder ist mein Fokus woanders drauf gerichtet? Ist mein Fokus tatsächlich auf die Wiederkunft ausgerichtet? Und konzentrieren wir uns momentan primär auf das, was der Geist der Gemeinde sagt? Es gibt ja die Verheißung, wer Ohren hat und damit ist ja nicht das Ohr gemeint, das physische Ohr nur. Denn wir wissen aus der Bibel in Johannes Kapitel 10, als einige der leitenden damaligen Gelehrten, einige der Juden, sagt die Bibel, der Gelehrten, Pharisäer, zu Jesus kommen, in Matthäus, in Johannes 10, 22, 23 und sie sagen, sage uns, wir beschwören dich, bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Und was sagt Jesus? Ich habe es euch gesagt, aber ihr wollt nicht glauben. und dann spricht er davon, wo er sagt, meine Schafe, aber hören meine Stimme. Sie hören meine Stimme, sie hören nicht auf den Mietling, sondern sie folgen mir nach. Und er sagt, ich habe viele Schafe in verschiedenen Stellen und ich werde sie rufen und sie werden mir folgen und es wird eine Hirte und ein Hirte sein. höre ich in dieser Zeit nicht nur die Stimmen im Fernsehen und dessen, was alle möglichen Leute sagen zu mir, bekannte Freunde, Ratgeber, Ärzte, Medien, da mag vieles Gutes und Wichtiges dabei sein, keine Frage. Aber höre ich in diesen ganzen Stimmen auch Gottes Stimme? Das ist die Frage. Höre ich die? Verstehe ich, was Gott mir zu sagen hat? Jetzt. Denn viele haben begehrt, Vers 17, Matthäus 13, Vers 17, wir haben das vorher nicht gelesen. Das heißt ja, selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Viele, das heißt es hier in dem Text, viele haben begehrt, das zu sehen und das zu hören, was ihr hört und haben es nicht gesehen und nicht gehört. Viele haben sich danach gesehnt, endlich, Generationen, Jahrhunderte zurück, Jahrtausende zurück, seitdem Gott seinen Plan offenbart hat, dass er wiederkommen will und dass er ein Ziel hat mit uns, haben danach gestrebt und gesucht, darüber wird im Hebräerbrief geschrieben, dass viele gerne das erkannt und gesehen hätten, was wir heute sehen an Zeichen. Und sie haben es nicht gesehen und mussten sterben, ohne diese Dinge, die sie gehofft haben zu sehen. Mussten sich zur Ruhe legen, ohne dass sie es gesehen haben. Und jetzt sind wir an einem Scheidepunkt angekommen, meines Erachtens in der Geschichte. Und die Frage ist, sehen wir die Dinge, die jetzt zu sehen sind und konzentrieren wir uns auf das Entscheidende? Das sagte Gott zu Michael Hingson, als er dort dachte, er stirbt und viele momentan haben so viel Angst und wissen nicht, was sie tun sollen, sind wie paralysiert vor Angst und vor Unwissenheit, was jetzt das Richtige ist, jetzt zu tun. Können sich kaum bewegen, wie Michael Hingson, der aus dem Gebäude rauskommt und Gott ihn so weit geführt hat durch seine Hündin und stehen dann und wie damals Michael Hingson dort steht und jetzt denkt, er muss sterben und weiß nicht, was geschieht. So hat Gott uns in der Vergangenheit auf wunderbare Weise geführt. Und dann stehen wir wie gelähmt und sagen, jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wir werden alle sterben, wir werden alle krank, wir werden weiß ich nicht was. Und was sagte Gott zu diesem Mann? Sorge dir nicht um das, was du nicht kontrollieren kannst. Ist es nicht so, dass wir in unserem Leben uns so viel mit Dingen beschäftigen, die wir gar nicht kontrollieren können? Und wir verlieren Energie und Zeit, wertvolle Zeit, verlieren wir und manchmal verlieren wir Beziehungen mit lieben Menschen darüber, dass wir uns auf Dinge konzentrieren, die nicht das sind, was uns rettet aus der Situation. Kümmere dich nicht um das, was du nicht unter Kontrolle hast. Konzentriere dich auf das Vorwärtsgehen mit deinem Führer. Wer ist denn unser Führer? Laut Jesaja 30 ist es Gott, der uns durch seinen Geist führt. Wir sollten jetzt hören, was der Geist der Gemeinde sagt, damit der Geist, der unsere Augen sind, wie der Hund, der Heilige Geist uns führt durch jede Situation hindurch. Er hat es versprochen, dass er uns führen will bis zum Ziel. Und er schafft das. Gott kann das. Er hat es mehrfach bewiesen, dass er sein Volk durch alle Situationen führen kann. Oder wie war das damals, als er sein Volk aus Ägypten rausgeführt hat und dann sie getestet hat? Er führt sie direkt an das Ufer des toten Meeres. Hinter ihnen die Ägypter, vor ihnen das Meer, heißt auf Deutsch. Gibt es eine Situation, wo Gott nicht weiterführen kann? Er hat in der Bibel mehrfach gezeigt, weder die Ägypter sind für ihn ein Problem, noch das Meer ist für ihn ein Problem. Er sagt durch Mose was? Mose sagt es dann im Auftrag Gottes zu dem Volk, die dann panisch werden, Angst haben, dass sie jetzt sterben. Sie stehen da wie Michael Hingson auf dem Platz vom Nordturm und denken einfach, jetzt ist es vorbei. Wie geht es weiter? Keine Ahnung. Aber Gott hat Ahnung. Und da wo, und ich zitiere frei eines meiner Lieblingszitate von Erin White, wo sie sagt, dort, wo der Mensch keinen Ausweg mehr findet, hat Gott tausend andere Möglichkeiten. Das hat mich schon oft ermutigt in meinem Leben. Wenn ich nicht mehr wusste, was ich jetzt tun soll, wie ich entscheiden soll, was ich sagen soll, was ich besser nicht sagen soll, da wo du keine Antwort hast, hat Gott mindestens noch tausend Wege. Mindestens. Und was sagt der Mose, als sie dort panisch stehen und denken, jetzt ist es aus, jetzt sterben sie. wie Michael Hingson. Was sagt Mose? Wer weiß das aus dem Kopf? Sagt, fürchtet euch nicht. Seht zu, wie Gott, der Herr. Was sagt der? Schaut mal, das ist interessant. Wie Gott, der Herr, sich verherrlichen wird und ihr werdet, so wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie nie wiedersehen. Sondern Gott wird euch einen Weg auftun. Und er tut es. Er hebt seinen Stock über das Meer. Mose war ja ein Sinnbild für Christus. Er sagt es selber, einem Propheten wie mich wird der Herr euch erwecken. Den sollt ihr hören. Und er prophezeit auf Jesus, der kommen wird. Den sollen wir hören. Das Gleiche, was Johannes, der erste Prophet nach Mahalachi, wieder sagt. Genau das Gleiche. Johannes sagt was? Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Auf den sollt ihr hören. Und das ist interessant. In unserer Phase der Weltgeschichte stehen wir ähnlich wie Israel vor Situationen, die wir scheinbar nicht managen können. Und wir scheinen in Angst gelähmt zu werden. Beste Zeit, um die Ohren aufzumachen, zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Was sagt er denn? Was ist das, was Gott uns jetzt wissen lässt, was zu tun ist? Was hören deine Ohren? Was sehen deine Augen? Ihr lieben Geschwister, liebe Freunde, ich möchte euch sagen, was ich in dieser Phase der Weltgeschichte sehe und höre. Und ich weiß nicht, ob sich das deckt mit dem, was du siehst und hörst. Ich sehe und höre eine Welt in Hunger. Seht ihr das auch? Und ich denke an Matthäus 24, 7. Es werden Hungersnöte sein, hier und dort. Ich sehe und höre eine Welt in Angst. Seht ihr das auch? Ich denke an Lukas 21, 26. Die Menschen werden vergehen vor Furcht in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Über die ganze Erde. Ganze Erde. Pan, griechisch, alles. Pan. Alles. Pandemie über die ganze Erde. Ich will gar nicht darüber sprechen, ob das echt oder unecht ist. Vergesst, das könnt ihr für euch diskutieren. Ich habe eine Meinung darüber. Meines Erachtens eine fundierte Meinung. Ja und, wem hilft es? Wird es Leute näher zu Christus bringen? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Na klar müssen wir wissen, was Sache ist. Aber wir sehen hier, die Dinge, die wir teilweise jetzt vor unseren Augen sehen, sind vorausgesagt. Ich sehe und höre eine Welt in Finsternis. Seht ihr das auch? An was denkt ihr? Ich denke an Jesaja 60, 2. Vorausgesagt. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Oder im Neuen Testament Johannes 3, 19 und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Seht ihr das auch? Oder bin ich, bin ich, bilde ich mir das ein? Dass Menschen lieber die Finsternis, den Irrtum wählen, als die Wahrheit, das Licht. Ich sehe das. In verschiedenen Bereichen. Vor unseren Augen sehen wir das. Was seht ihr noch? Was hört ihr? Ich sehe und höre eine Welt in Unkenntnis. über die Dinge, die über diese Welt kommen. Und ich denke an Offenbarung 3, 3. Du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Unkenntnis. Haben wir ja schon gestern Abend an dem Thema gehabt. Erster Punkt, den ich zu überwinden habe als Hürde auf dem Weg zur Wahrheit, ist was? Informationsmangel. Unkenntnis. Was sagte Gott in einer Phase, wo es finster wurde in dem Volk, zu Zeiten des Volkes Gottes in Israel, im Alten Testament. Hosea 4. Mein Volk ist dahin, sagt Luther, weil es ohne Erkenntnis ist. Unkenntnis führt in Verderben. Sehen wir das, dass eine Welt in Unkenntnis ist, trotz der ganzen Technologie? War ja ein Stück weit unser Thema. Wir ersticken in Nachrichten. Als ob es ein Plan wäre, uns zu ersticken in Nachrichten. Damit wir das Wahre vom Falschen nicht so einfach rauszutieren können. Ja, wir sehen das. Und ich möchte nur daran erinnern. Ich sehe und höre eine Welt in Chaos und Konflikten. Seht ihr das auch? Und ich habe noch nicht mal ein Fernsehen und ich sehe es trotzdem. Und ich denke an Lukas 21,10 Ein Volk wird sich erheben gegen das Andere. Interessant nebenbei für diejenigen, die gerne tiefer gehen im Bibelstudium, was das griechische Wort für Volk dort steht. Ich meine, es ist ja nicht falsch, aber wir übersetzen es nie mit was da steht. Ethnos, Ethnie. Jetzt sag den Satz nochmal, was da steht. Eine Ethnie wird sich gegen die Andere erheben. Seht ihr das? Wer Ohren hat, der hört, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich glaube, der Geist möchte unseren Fokus jetzt darauf richten, dass wir entdecken, Gott weiß das schon lange. Er hat einen Plan. Er hat einen Plan, wie er uns aus Chaos, Finsternis, Unkenntnis, aus Katastrophe und Terror, aus Bedrängnis, aus Todesgefahr herausführen will, wie Michael Hingson 2001 am 11. September. Aber nur unter einer Voraussetzung, und das habe ich gelernt von diesem Mann, der kein Augenlicht hat. Es geht nicht darum, dass die Gemeinde blind ist in Laodicea, sondern ob sie bereit ist zu hören. Ich glaube, wir haben nur eine Möglichkeit jetzt, durchzukommen durch das, was nicht nur jetzt ist, sondern was noch kommen wird und das wird das bei Weitem übertreffen, was wir jetzt erleben. Bei Weitem, wenn wir die Bibel lesen. Und nein, der Taubert möchte keine Angst machen. Nein, ich möchte nicht schwarz sehen, sondern ich möchte nur mal die Realitäten, Faktencheck machen. Wenn wir der Bibel glauben und der Prophetie, dann wissen wir, dass eine Zeit über die Erde kommen wird, von der Jesus selber sagt, die noch nie gewesen ist auf Erden. Matthäus 24, so große Not. Oder Offenbarung, ein Erdbeben so groß, wie es noch nie auf der Welt gewesen ist. Forscher sagen, es kommt irgendwann das big, big, das große Erdbeben. Die Bibel sagt, das wird kommen, dass die Inseln von ihrer Stelle bewegt werden, schreibt die Bibel. Das ist nicht Science Fiction, das ist nicht Hollywood, das ist Realität, was hier geschrieben wird. Oder Daniel 12, Vers 1, wo eine Zeit sein wird, wo Michael sich aufmachen wird und wird sein Volk befreien, wo es unter Todesbedrohung ist. Offenbarung 13, wo steht, dass die Gläubigen, die Gott treu sein wollen und seine Gebote halten wollen, werden mit einem Todesgesetz, einem Todesdekret belegt. Das ist alles, was die Bibel schreibt. Das heißt, vor uns liegt noch viel mehr, als wir jetzt ahnen durch Viren oder sonst irgendwas. Aber Gott kann uns da durchführen. Darum geht es. Aber nur unter einer Voraussetzung, ihr Lieben. Nur unter einer einzigen Voraussetzung kann Gott uns durch alles, was kommt, seien es Ägypter, seien es ein Meer, das man nicht durchqueren kann, seien es Plagen, seien es weiß ich nicht was. Durch die Wüste laufen 40 Jahre ohne einen Supermarkt und ohne einen Friseur und ohne einen H&M und C&A, wo wir uns einkleiden können. Gott kann uns durchführen. Wie heißt es in der Bibel? Von denen, die durch die Wüste wanderten 40 Jahre, ihre Kleider und ihre Schuhe nutzten sich nicht ab. 40 Jahre lang. Brauchten sie einen Supermarkt? Gott hat ihnen immer das gegeben, was sie brauchten. Es hat ihnen am Anfang nicht gepasst, aber es war das, was sie brauchten. Nicht immer das, was wir bekommen, ist das, was wir wollen von Gott. Aber es ist das, was gut für uns ist. Habt ihr übrigens gewusst, das wäre eine Geschichte für sich, ich kann die nicht erzählen, weil ich kämpfe immer ein bisschen mit der Zeit. Irgendwie ist die Zeit gegen mich, ich weiß nicht warum, aber das wird sich ändern bald bei der Wiederkunft. Habt ihr gewusst, dass in Angola seit 1900, in den 70er Jahren Manna fällt in ein Dorf auf einer adventistischen Missionsstation? Gibt es eine Dokumentation? Wer nichts nicht glaubt, fahrt hin nach Angola, holt euch ein Ticket, fahrt hin. Ich kann die Geschichte jetzt nicht erzählen. Seit Jahrzehnten fällt dort Manna immer an zwei Tagen der Woche und es hat angefangen, als eine Hungersnot dort war. Und Gott hat sich aus irgendeinem Grund entschieden, dass er das anbeibehält. Irgendwann war das Manna weg, fiel nicht mehr. Die Menschen haben sich gewundert, was hier los ist. Das ganze Dorf hat davon gelebt. Und raus kam, der Gemeindeleiter hatte ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Und erst und erst als das geklärt war, erst als dieser Bruder zur Rechenschaft gezogen wurde und Maßnahmen nach Matthäus 18 durchgeführt wurden und die Sache geklärt war, Sünden aufgedeckt, bekannt und so weiter geklärt war und derjenige aus seinem Amt geholt wurde, fiel das Manna wieder auf die Station. Und ich habe mich gefragt, Menschenskinder, manchmal reiben wir mit menschlicher Kraft uns auf, dass die Gemeinde wächst, dass sie gesund ist und so weiter und ahnen nicht, dass es verborgene Sünden der Glieder manchmal sind, die verhindern, dass das Manna bei uns fällt. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist so wichtig, dass wir jetzt nicht so sehr darauf hören, was die Masse sagt, was der andere sagt, was der Spezialist sagt, egal wie die heißen, das ist mir wurscht. Ich habe eine Meinung, keine Frage, die will ich hier nicht kundtun über das, was gerade geschieht. Aber weder, liebe Freunde, ein Dr. Drosten noch ein Bhakti ist der Heilige Geist. Das sind Menschen, die fehlbar sind. Beide. Ich habe dazu meine Meinung, klar. Aber jetzt geht es darum, dass wir erst hören, was Gott will, denn dann können wir erst interpretieren. was andere sagen. Nicht umgedreht. Und das ist so wichtig. Was sehe ich, was höre ich noch? Ich weiß nicht, was ihr noch seht und hört. Es heißt ja in Matthäus 13, steht doch, selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Selig übrigens für diejenigen, die Lutherdeutsch nicht verstehen, im Griechen steht da Makarios. wörtlich übersetzt, glücklich. Glücklich sind eure Augen, glücklich sind eure Ohren, wenn sie sehen und hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Was sehe ich und höre ich noch? Ich sehe und höre einen Medienbericht über eine Universität und eine Highschool in Amerika. Menschen, Studenten, Lehrer prozessieren über ein Schulgelände. Ich habe das Video mir runtergeladen. Mit Plakaten in den Händen und auf einem Plakat steht drauf, übersetzt, schließt dich dem Kampf an. Schwarze sind von Bedeutung. Auf einem anderen liest man Friedensmarsch und dahinter eine geballte schwarze Faust. Nach dem Motto, entweder du hast mit mir Frieden oder ich hau dir die Naseplatte. Und es sind nicht nur Nicht-Adventisten auf dieser Uni, sondern ich entdecke plötzlich Leute, die mich zum Teil unterrichtet haben. die die Plakate tragen. Sie halten Ansprachen und rufen gemeinsam zur Gerechtigkeit auf für Schwarze, für Frauen, Immigranten, Schwule und allem Möglichen Unterdrückten. Ich sehe, ich höre und ich denke an Römer 11, Vers 8. Wie geschrieben steht und hier zitiert Paulus Jesaja 29, 10, ohne den man das Zitat gar nicht verstehen kann, ohne den Jesaja-Text. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören. Ja, das stimmt doch für die Welt. Die ticken doch nicht richtig. Die checken nicht, was los ist. Die Weltmenschen, die Evolutionisten, die Atheisten und die Christen, die verwirrt sind und getäuscht sind. Aber das trifft nicht auf uns zu. Dieser Text nicht. Das dachten die Israeliten auch mal. Wir haben gesagt zu Jesus in Römer 9, ja sind wir denn auch blind, als Jesus über die Blindheit sprach? Sie fragten, ja sind wir auch blind? Das war keine ernste Frage. Sie wollten ihn testen, sie wollten ihn in die Ecke treiben mit dieser Frage. Ja sind wir denn, wir als Schriftgelehrte, wir, die das Volk unterrichten, ja sind wir denn auch blind? Und Jesus sagt, werdet ihr blind, hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, dass ihr sehend seid, deswegen bleibt eure Sünde. Kann das sein, dass wir manchmal in einer ähnlichen Situation sind? Kann es sein, dass wir manchmal glauben, wir sind sehend und wir sind so stockblind? Geistlich? Den Text kann man nicht wirklich verstehen, ohne Jesaja 29, 10 gelesen zu haben, denn das ist ein Zitat von Paulus, er zitiert das alte Testament. Was meint er, dass er sagt, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen, Ohren, dass sie nicht hören. Schau mal Jesaja, was da steht. Da ist die Auslegung. Denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen und eure Augen und Ohren zugetan. Was sind denn die Augen und Ohren des Volkes Gottes? Schaut, was da steht. Die Propheten, eure Häupter, eure Seher hat er verhüllt. Eure Augen hat er verhüllt, eure Ohren zugemacht. Die Prophetie. Ist es nicht, dass Amos 3, 7 sagt, der Herr, Gott, der Herr tut nichts, wie viel? Nichts, er sage es denn zuvor seinen Knechten, den Propheten. Steht es da oder nicht? Wie viel tut Gott in der Geschichte, ohne es vorher seinen Propheten zu offenbaren? Wie viel, sagt die Bibel? Nichts. Glaubt ihr, dass Gott nichts uns offenbart hat, der voraussieht, dass diese Dinge kommen, die geschehen jetzt und in der Zukunft? Glaubt ihr, dass in der Prophetie nicht irgendwo was steht als Antwort darauf, wie wir uns zu verhalten und was wir zu denken und zu tun haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass Gott uns in die Zukunft laufen lässt, ohne uns zu zeigen, was wir denken, tun, was wir glauben, worauf wir uns fokussieren sollen, was unser Auftrag ist, was nicht unser Auftrag ist. Es kann nicht sein, dass Gott uns hier im Stich lässt. Es kann nicht sein. Er sagt, ich sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, aber ich mache nichts. ihr lauft einfach mal und schauen wir mal, wohin ihr geht. Nein. Die Augen und die Ohren in der Bibel sind die Prophetie, das ist die Propheten, das sind Gottes prophetische Botschaften, die er uns gegeben hat. Liebe Geschwister, es ist jetzt Zeit zu hören und zu sehen, was der Geist der Gemeinde sagt oder auch, man könnte auch sagen, der Geist der Weissagung. Und nicht mit den Meinungen und Geistesströmungen der Zeit dahin zu treiben. Leute, da ist viel Wahrheit in vielem, was ihr hört und seht. Aber viel Wahrheit muss nicht bedeuten, viel Erkenntnis. Wir sind als Volk Gottes nicht dazu berufen, hinter den politisch aufgewühlten Massen hinterher zu laufen. Ich sage das hier als Bekenntnis, als Statement. Denn wenn das so wäre, ihr Lieben, ich weiß, dass ich jetzt provoziere und dass ich vielleicht einige Freunde verliere, die hier mir vielleicht für die Vorträge wohlgesonnen oder weniger wohlgesonnen sind. Aber was soll ich tun, anders als zu sagen, was die Wahrheit ist? Wenn das so wäre, dass Protest unser Kerngeschäft wäre als Christen, wenn das so wäre, wo sind dann unsere Proteste gegen Abtreibung? Wo sind unsere Proteste gegen Kindesmissbrauch, gegen Hunger, Verfolgung chinesischer Christen, Massaker in afrikanischen Bundesländern, wie jetzt momentan ein Riesenmassaker in Nigeria, durch Boko Haram und andere. Wo ist unser Protest dann gegen Drogenmissbrauch? Wo sind unsere Banner und unsere ganzen Dinge, die wir durch mit den Straßen ziehen, gegen korrupte Massenmedien? Und ich könnte jetzt weitermachen. Liebe Leute, wenn Protest unsere Kernanliegen wäre, was wir jetzt zu tun haben, würden wir nicht mehr fertig werden mit Protestieren und keiner würde was über das Evangelium erfahren. ich sage euch, ich frage mich, was ist das, was Gott will, dass wir jetzt tun? Und ich wünschte mir, liebe Brüder und Schwestern, wer immer das jetzt hört, egal in welcher Position er ist, ich wünschte mir, wir hätten schon vor Monaten angefangen, Gruppen zu bilden, Gebetsgruppen, in den Gemeinden, in den Familien, in den Hausgemeinden, in den Vereinigungen, Unionen, in den Generalkonferenz, Gruppen, Gebetsgruppen gebildet, die darum bitten, dass Gott uns genau sagt, was wir zu tun haben. Denn ich glaube daran, dass der Heilige Geist uns eine Antwort hat, wie wir uns verhalten sollen, was wir reden sollen, was wir nicht sagen sollen. Bin ich ganz sicher. Gott hat hier ein Konzept. Der hat einen Notstands-, Notsituationsplan. Oder wie heißen diese Dinge? Notmanagementplan oder wer auch immer. Habe ich in letzter Zeit öfters gelesen und Dokumente mir angeschaut. Gott hat einen. Nein, Geschwister, wir sind nicht dazu berufen, gegen irgendeine politische Ungerechtigkeit und Korruption zu protestieren. Und ich möchte euch begründen, warum. Ich glaube auch nicht, dass das ist, was der Geist der Gemeinde heute lehrt. Proteste und Kampfparolen und Fäuste. Das kann nicht die Stimme des Geistes Gottes sein. Wäre sozialpolitischer Protest unser Weg, würden wir damit nicht mehr fertig werden. Warum? Weil die Bibel sagte, Matthäus 24, Vers 12, könnt ihr gerne mit aufschlagen, weil die Gesetzlosigkeit, Luther übersetzt mit Ungerechtigkeit, überhand nehmen wird. Sehen wir das oder nicht? Sehen wir das, dass das immer mehr wird? Immer mehr Ungerechtigkeit? Selbst der Staat bricht seine eigenen Gesetze teilweise. Ja oder nein? Klar, man muss blind sein, um das nicht zu sehen. Ich sage das ganz offen. Aber das ist vorausgesagt. Es steht hier, die Gesetzlosigkeit wird so zunehmen, dass die Gefahr besteht, dass die Liebe in uns erkaltet. Dass wir sagen, das ist ungerecht. Das ist schrecklich. Furchtbar. Das darf nicht sein. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja, was machen wir dann in den nächsten Jahren, wenn das noch schlimmer wird? Was macht das, was passiert denn, wenn wir in den nächsten Jahren eine Diktatur bekommen? Wir haben ja jetzt schon in bestimmten Bereichen eine Diktatur, in den Medien. Es gibt eine Medien-Diktatur. Wenn du was anderes sagst, wir betreiben einen alternativen Kanal. Alternative Medien. Was passiert denn, wenn du was anderes sagst? Bumm, du wirst abgeschalten. Uns haben sie als Medien-Ministry, haben sie Vimeo, unsere 1500 Videos gelöscht. Ohne Ankündigung. Bumm, weg. Über Nacht waren die weg. Begründung, das entspricht nicht unseren Regeln. Wir haben jetzt schon Diktaturen in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Ja, aber was machen wir denn, wenn das passiert, was in Offenbarung steht? Dass es eine weltweite Diktatur geben wird, wo sich alle Menschen zusammenschließen unter dem Argument des Gemeinwohls. The common good. Die weltweite Brüderschaft. Fratelli tutti. Oder nenn es wie du willst. Es hat viele Namen, meint aber immer das Gleiche. Was machen wir dann? Werden wir mit Bannern und Protestbannern und Signaltafeln durch die Straßen laufen? Was geschah in Babylon? Als exemplarisch Daniel und seine Freunde, die herausragten unter den ganzen Israeliten und Hebräern, sind durch die Straßen marschiert mit Bannern. Oder haben sie eine andere Strategie gehabt? Haben sie vielleicht die Strategie Jesu gehabt? 600 Jahre vor Jesus. Was ist denn Jesus-Strategie? Versteht ihr? Wir sind in der Versuchung, uns um Dinge kümmern zu wollen und Dinge regulieren zu wollen, die du und ich nicht regulieren können. Wir können sie nicht regulieren. Ich habe nur Verantwortung für mich, dass ich das tue, was Gott mir zeigt. aber ich kann nicht für andere regulieren, wie sie was zu sehen und zu denken und zu sagen haben. Egal, wie viel Banner ich trage oder wie viel Fäuste ich erhebe, es funktioniert nicht. Egal, wie oft ich schreie, Gerechtigkeit und Frieden, wird dadurch die Welt mehr Frieden bekommen? Was sagt Jesus? Was wird er finden, wenn der Menschensohn kommen wird? Matthäus 24. Wird er Glauben finden auf Erden, wenn er wiederkommt, der Menschensohn? Die Bibel sagt, nein, Jesus sagt das selbst, er wird kein Glauben finden. Wird er Frieden finden, dass alle sich in die Hände klatschen und sagen, jetzt haben wir Frieden? Nein, das ist eine Prophezeiung, dass das geschehen wird, aber Paulus warnt und sagt, wenn sie das sagen werden, wird sie das Verderben übereilen, wie die Wehen einer Schwangere. Und jetzt sage ich was, was mich wahrscheinlich sehr unsympathisch für viele macht. Ich glaube, dass es einen satanischen Plan gibt, um Menschen zu betäuben, dass sie nicht mehr wirklich verstehen, was gerade geschieht. Ich glaube aber auch, dass der Teufel nicht blöd ist. Er hat schon immer seine Methode gehabt, dass er Teile und Herrsche macht. Das heißt, er macht eine These, setzt eine Antithese dagegen und du glaubst, eines von beiden ist die richtige Entscheidung. Und dann sorgt er für die Synthese. Ich höre viel Wahres, was gerade auf den Straßen gerufen wird. Viel Wahres. Aber das ist nicht das Gleiche, was das Evangelium sagt. Mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst. Konzentrier dich auf das Vorwärtsgehen. Sollten wir nicht von Hinksen und seiner Hündin Roselle lernen, was denkt ihr? Kann man daraus was lernen? Ihr wisst gar nicht, wie oft ich in den letzten Jahren dieses Zitat, was Gott dem Mann gesagt hat, auf dem Platz, wie oft mich dieser Satz aus Situationen herausgeholt hat, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Bestimmt drei, vier Mal kann ich mich erinnern. Wo ich mich erinnern habe, was Gott diesem Mann gesagt hat. Konzentrier dich nicht auf Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Konzentrier dich aufs Vorwärtsgehen. Sollten wir nicht jetzt lernen und vorwärtsgehen im Glauben? Was denkt ihr? Ist nicht Zeit, vorwärtszugehen im Gehorsam? Sollten wir nicht vorwärtsgehen in unseren Bemühungen, Menschen für die Wahrheit zu gewinnen, wie sie in Christus ist, also der schriftgemäßen Wahrheit? Hätte sich Jesus einer politischen Bewegung angeschlossen? Zum Beispiel der der na, wie heißen sie? Judas gehörte ja an. Der Zeloten. Wisst ihr, was damals ein Problem war bei Judas? Hatte der es ernst gemeint? Klar. Er war in einem Zwiespalt zwischen Jesus und zwischen seiner Agenda, seiner Partei, den Zeloten. Und er hat, statt Jesus nachzufolgen und ihn als Führer zu nehmen, wollte er Jesus missbrauchen für seine politische Agenda, die den Römern, eine Klatsche zu geben. Und das ging nach hinten los. Man kann Gott nicht gebrauchen, um ein politisches Ziel zu verfolgen. Das geht nicht. Stattdessen war, und jetzt schaut mal, wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat sich, soweit ich das lesen kann, hier in seinen Zeiten, wo er wirksam ist, nie einer politischen Strömung angeschlossen. Was war sein Protest? Sein Protest war ein heiliges, gehorsames und gottgeweihtes Leben. Das war der Protest. Und das geht tiefer als Plakate. Wie sollen wir uns jetzt also verhalten im Jahr 2020, 2021? Wegschauen, ignorieren, eine Partei gründen? Vielleicht so eine moderne Zelotenpartei? Hört mal ein Wort aus inspirierter Feder. Ich lese aus Das Leben Jesu 503. Die Regierung, unter der Jesus lebte, war korrupt und diktatorisch. Überall gab es schreiendes Unrecht wie Erpressung, Unduldsamkeit und bedrückende Härte. Der Heiland wollte jedoch keineswegs das bürgerliche Leben reformieren. Er griff weder die nationalen Missbräuche an, noch verurteilte er die Feinde seiner Nation. Er mischte sich auch nicht in die Herrschaft oder Verwaltung von Machthabern ein. Interessantes Zitat, oder? Was sagt die Bibel, würde Jesus nicht tun? Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das lese, diese Weissagung auf Jesu Leben. Schlagt man mit mir Jesaja 42 auf, Vers 1 und 2. Eine Vorhersage auf Jesus bevor, 700 Jahre bevor er kam. Seid ihr in Jesaja 42? Ich möchte, dass ihr es selber lest. Nicht nur mir zuhört. Schaut mal. siehe, das ist mein Knecht. Weissagung auf Jesus. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Bevor ich weiterlese, wisst ihr, dass alles, was von Jesus hier steht, genau 1 zu 1 auf uns anwendbar ist? Sind wir Knechte Gottes? Ich hoffe doch. Hält uns Gott in seiner Hand? Ich hoffe doch, dass du das glaubst. Bin ich auserwählt? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Bist du auserwählt? 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein Volk des Eigentums, damit ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem Licht. Sind wir berufen? Modernes Priestertum? Bist du nicht berufen, Knechte zu sein? Ja, wir sind sogar Botschafter an Christi statt, sagt Paulus. Wisst ihr, was ich gemacht habe, als ich gebetet, bevor ich weggefahren bin hier in die Schweiz, da gibt es ja alle möglichen Sachen, die passieren können und die man immer wieder, diese Gespräche, und ich bekenne das, ich bin ein überzeugter Nicht-Maskenträger, aber ich verurteile niemanden, der sie trägt. Das ist seine Entscheidung. Aber ich weiß, wenn ich auf Reisen gehe, werde ich verschiedene Dinge erleben, die immer eine Herausforderung sind. Gespräche, Rechtfertigungen, dieses, das. Was ich mache, ist Folgendes. Ich bin hierher gefahren, bin vorher auf die Knie, habe gesagt, lieber Gott, Du sagst, ich bin Botschafter an Christi statt. Ich gehe an deine Stelle, ich mache keinen Urlaub in St. Gallen, ich fahre da nicht hin, um eine Shopping-Tour zu machen, ich fahre da hin, um dir zu dienen und den Menschen zu dienen. Ich verstehe mich als Botschafter an Christi statt. Also bitte, sorge dafür, dass ich einen Diplomaten-Status habe. Und ich fahre und tanke und ich gehe rein, überzeugt und freudig und ich habe tolle Gespräche mit den Leuten. Und die Leute sind dankbar, dass sie mal ein Gespräch haben, wo sie sagen, Mensch, der versteht mich. Ich fahre an die Grenze und die Leute gucken mich an und winkt mich nur durch. Das heißt, ich glaube fest, dass wenn wir Knechte Gottes sind, Gott uns ohne Parolen, ohne Streit, ohne Diskussion, ohne große Auseinandersetzung, ohne Zwiespalt, uns individuell so führen kann, wie er es möchte. Das heißt nicht, dass er jeden so genau führt, wie er mich führt. Vielleicht macht das mit dem Bruder und der Schwester ein bisschen anders. Aber wichtig ist, dass wir glauben, dass wir Knechte sind und das, was hier steht in Jesaja 42, für uns auch gilt. Wir sind auch Erwählte. Jetzt lesen wir weiter. Und hoffentlich hat seine Seele an mir wohlgefallen. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Hat Gott uns seinen Geist gegeben? Ja oder nein? Aber ganz klar, in der Bibel steht das ganz deutlich. Gott gibt uns seinen Geist, den Tröster. Pfingsten. Es ist vorausgesagt vor der Wiederkunft, dass es ein zweites Pfingsten geben wird. Ausgießung des Geistes über alles Fleisch. Joel Kapitel 3 Vers 1 bis 4. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Ist das unsere Aufgabe? Das Recht Gottes unter die Heiden zu bringen. Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin an alle Welt. Macht zu Jüngern alle Völkernationen und Sprachen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch gefohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Sind wir beauftragt, das Recht unter die Heiden zu bringen? Ja, alles, was hier über Jesus vorausgesagt wird, trifft auf uns zu. Dann muss auch das Letzte auf uns zutreffen, oder? Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht auf den Gassen hören. Ja, er war Wanderprediger, aber er war kein Schreihals, der mit Plakaten durch Galiläa gerannt ist. Das war Jesus nicht. Das steht hier, das ist eine Weissagung. Denn warum? Ich lese weiter aus dem Zitat von Leben Jesu 503. Er, unser Vorbild. Glaubst du, dass er unser Vorbild ist? In allen Dingen? In allen? Wirklich in allen? Er, unser Vorbild, hielt sich irdischer Herrschaft fern. Nicht etwa, weil er gegenüber den Nöten der Menschen gleichgültig gewesen wäre, sondern weil menschliche und rein äußerliche Maßnahmen hier nicht helfen konnten. Um wirksam sein zu können, musste der Heilungsprozess sich auf den Einzelnen erstrecken und dessen Herz erneuern. Und das bezweifle ich, dass das gerade passiert. Aber wir sollten klug sein. Tausende und Zehntausende in Deutschland und wahrscheinlich in der Schweiz ähnlich, aber ich kann von Deutschland reden, sind auf den Straßen und suchen nach Wahrheit. und sie haben Täuschung satt. Es gab noch nie eine bessere Gelegenheit für uns, das zu tun, wozu wir beauftragt sind. Die Menschen zu suchen und ihnen den Weg zu zeigen, den die Bibel als Wahrheit definiert. Heißt das, dass wir uns anschließend im Schreien und im Plakate halten? Nein. Aber wir nützen die Situationen, um Menschen weiterzuführen, denn da sind Leute, die meinen es ernst. Die verstehen die Sachen nach ihrem besten Verständnis und sie brauchen Hilfe. Sie müssen verstehen, ist Frieden was Falsches, das zu rufen? Frieden? Kommt drauf an. Frieden, wie Jesus ihn meint. Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Sicherheit. Freiheit. Sind das schlechte Dinge? Nein. Wenn sie nach biblischer Definition gemeint sind. Denn die Freiheit, was Menschen sich darunter vorstellen und die Freiheit, wie sie die Bibel definiert, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe Leute getroffen, die sagen mir, die haben sich so vorgestellt, hallo, mein Name ist Gudrun, ich bin Freidenkerin. Freidenkerin. Was heißt das? Freidenkerin. Die Freiheit, die die Bibel lehrt, ist eine Verbindung, eine verbindliche Verpflichtung gegenüber der Wahrheit, wie sie Christus lehrt. Deswegen sagt Paulus, wem ihr euch zu Knechten macht, dem müsst ihr gehorchen. Sei es der Ungerechtigkeit zur Sünde, also der Sünde zum Tode, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gibt es da eine Freiheit zwischendrin? Freidenken? Die Bibel sagt, ich bin entweder Sklave meiner selbst und der Sünde oder ich bin Knecht Gottes in der Freiheit, die Gott mir gibt, durch das, dass ich Knecht bin. Paradoxon. Aber das ist die Bibel, wenn man sie geistlich versteht. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Paradoxon. Aber das versteht nur jemand, der sich drauf einlässt. Intellektuell, das werden wir schon auf dem Rechenschieber, ob das stimmt, was Jesus gesagt hat, funktioniert nicht. Ich muss mich drauf einlassen. Ich muss mein Leben Gott geben und sagen, jetzt übernimmst du. Und dann merke ich plötzlich eine Freiheit, die ich vorher noch nie gekannt habe. Alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles dient mir zum Guten, deswegen tue ich es nicht. Also, diese soziopolitischen Bewegungen der Massen heute sind, und jetzt verliehe ich vielleicht wieder ein paar Freunde, Teil des Werkes der drei unreinen Geister in Offenbarung 16, glaubt es oder nicht. die ausziehen, um die Nationen auf das Mahlzeichen vorzubereiten. Darüber könnte ich viel erzählen jetzt, aber das würde mir die Zeit nehmen. Geschwister, Gottes Kinder haben keinen Anteil an den Manifestationen von Geistern und Dämonen. Und ihr werdet sagen, wie kann das, was redest du, Tauber? Du redest doch Quatsch. Wie kann Freiheit, wie kann Frieden eine Agenda von Dämonen sein? Du spinnst doch, Taubert. Ja, beleg mir das aus der Bibel, was du denkst. Und ich belege dir aus der Bibel, was ich sage. Erster Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 3. Eine Warnung. Paulus warnt und sagt, wenn die Menschen rufen werden, Friede, Sicherheit, Sicherheit, Freiheit, Liebe, Einigkeit, die füge ich jetzt noch hinzu, dann wird sie das Verderben überfallen, wie die Wehen einer schwangere Frau. Warum? Weil dieser Friede, nicht der Friede ist er aus Kolosser, aus Kolosser, Entschuldigung, Römer Kapitel 1, Vers, nein, falsch. Kolosser 1, 19 ist es glaube, wo es heißt, dass Gott durch Christus Frieden gemacht hat, im Himmel, auf Erden und unter der Erde, durch sein Blut. Es gibt keinen wirklichen, echten, anhaltenden, dauerhaften, substanziellen Frieden unter Menschen, wenn er nicht durch das Blut Jesu gewirkt wurde. Weil das Blut macht es möglich, dass Sünden vergeben werden. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammensitze, mit meiner Frau, ich habe angenommen, Stress mit meiner Frau, wir haben einen Konflikt, da ist irgendwas passiert und jetzt suchen wir Frieden. Konflikte sind immer Folge von Sünde. Und ich sage, weißt du was, lass uns wieder lieb sein zueinander, lass uns wieder Busi geben und lass uns einfach wieder nett sein. Aber die Sachen sind nicht geklärt. Die Sünden sind nicht bekannt, die sind nicht vergeben. Was denkt ihr, wie lange der Frieden hält? Es ist kein Frieden. Was hier geschieht, muss man einordnen, richtig in Offenbarung 16. Was ist der einzige Weg? Und ich komme zu meinem eigentlichen Punkt und in die Schlussgerade. Was ist der einzige Weg, was wir jetzt tun können? Ich habe lange darüber nachgedacht. Was ist das, was wir jetzt wirklich substanziell tun können in dieser Welt, in dieser Phase der Weltgeschichte und in der kommenden Phase? Was immer kommen mag. Ich zitiere weiter in dem Zitat aus Leben Jesu 503. Nicht durch die Entscheidungen von Gerichten und Konzilien oder gesetzgebenden Versammlungen, nicht durch die Schirmherrschaft weltlicher großer Männer wird das Reich Christi errichtet, sondern durch die Einpflanzung der Natur Christi in die Menschheit, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt haltet euch fest. Hierin liegt die einzige Kraft, die an der Erhebung der Menschheit wirken kann. Und das habe ich mir fett unterstrichen, was jetzt kommt. Nach dieser Agenda arbeite ich, lebe ich und plane ich. Das ist ein Bekenntnis jetzt. Ihr könnt darüber nachdenken, ob ihr das auch tun wollt. Ich zitiere weiter. Das Zitat ist nicht fertig. Und das menschliche Mitwirken zur Vollendung dieses Werkes. Welches Werk ist? Nur kurz, ob noch alle dabei sind. Ich habe nämlich das Zitat nicht hier. Da muss man genau zuhören. Welches Werk ist? Nicht durch Konzilien, Gerichten und so weiter wird das Reich Gottes errichtet. Es geht um das Reich Gottes. Das Abschlusswerk. Dass Jesus wiederkommen kann. Das Werk, dass der Geist, dass die Natur Christi, ich zitiere, in die Menschheit eingepflanzt wird durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Werk. Verstehen wir? Und das menschliche Mitwirken zur Vollendung dieses Werkes ist das Lehren und das Praktizieren des Wortes Gottes. Punkt. Zitat Ende. Was kannst du und ich tun? Jetzt. Wie viele Plakate werden die Leute verändern? Wie viele Fäuste und Parolen wird die Natur Jesu in die Menschen einpflanzen? Nichts dergleichen. Du hast nur eine Möglichkeit, was du tun kannst, laut Inspiration. Nur eine einzige Möglichkeit, um mitzuwirken an der Vollendung dieses Werkes. Soll ich es nochmal sagen? Das menschliche Mitwirken zur Vollendung dieses Werkes ist das Lehren und das Praktizieren des Wortes Gottes. Die Wahrheit sagen und die Wahrheit tun auf Deutsch. Das kannst du tun. Mehr nicht. Du kannst nicht momentan mehr tun. Lehre die Wahrheit, wie sie in Christus ist. Nicht wie wir sie gerne interpretieren wollen, sondern wie die Schrift, wie der hin zur Schrift und hin zum Gesetz und hin zum Zeugnis. Jesaja 8,20 werden sie das nicht sagen, wird ihnen kein Morgenrutschein. Das sind unsere Quellen, die beiden Zeugen. Gottes Wille, sein Gesetz ist ein Licht in der Finsternis und die Prophetie, der Geist der Weissagung ist ein Licht in der Finsternis. Wir haben das biblisch, haben wir das verankert. Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. 2. Petrus 1,19 umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem finsteren Ort. Wir haben das Gesetz und wir haben den Geist der Weissagung. Sowas Eigenartiges, dass das genau die zwei Erkennungsmerkmale sind in Offenbarung 12 von den übrigen vor der Wiederkunft. Die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Das Zeugnis Jesu Offenbarung 19,10 ist aber der Geist der Prophetie. Das ist kein Zufall. Das ist, was wir tun können, Geschwister. Und das tue ich momentan mit ganzem Herzen, weil ich weiß, das ist das Beste und das Einzige, was ich tun kann. Und das ist das Gleiche für dich, du musst kein Prediger, Evangelist sein. Lehre die Wahrheit, lehre das Wort Gottes und handle danach. Und dann wird nämlich Gott Wunder tun. Das liegt nämlich nicht an dir und an mir. Wie toll wir reden können, in welcher Sprache, in welchem Dialekt, sind wir rhetorisch gut oder sind wir schlecht. Das interessiert Gott gar nicht. Gott kann sich verherrlichen durch den Mund eines Kindes oder durch jemanden, der stottert. Ich kenne einen Geschäftsmann aus Brasilien. Ich habe den kennengelernt durch eine Sendung von Mark Finley, die hieß, it is written, vor ein paar Jahren habe ich mir das runtergeladen und die Sendung hieß, und was ist dein Problem? Der Mann hat Sauerstoffmangel gehabt bei der Geburtsprozesse, ist behindert geworden und der ist jetzt so und kann nicht richtig sprechen, der redet nur so. Und man versteht sowieso schlecht seinen Akzent, aber dann noch mit diesen Behinderungen, man versteht ihn ganz schwierig, also wirklich einzelne Wörter, wenn man es nicht gewohnt ist. Dieser Mann ist Bauunternehmer und er füllt Hallen mit 5.000 und 6.000 Menschen drin. Er hat Tausende zu Christus geführt, zur Taufe. Erklär mir, wie das funktioniert. Weil Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist, lass die an meiner Gnade genügen. Wenn wir unsere Pflicht tun, Gottes Wort gehorchen und es lehren, ist alles, was wir tun können. Der Rest wird Gott machen. Gott wird dein Zeugnis, dein Leben, deine Zeugnisse, deine Erfahrungen, wenn sie ehrlich und aufrichtig sind, wird er benutzen, deinen Mund, wird er benutzen, deine Taten, deine Zeugnis, dein lebendiges Zeugnis, wird er nützen, dass Menschen Wegweisungen haben auf ihrem Weg. Und das ist nicht reduziert auf Prediger oder Evangelisten. Das ist der Plan für jeden Nachfolger Jesu. Also, als Johannes seinen Dienst begann, befand sich das ganze Volk in einem Zustand der Erregung und der Unzufriedenheit, Aufruhr gegen die Römer. Das war die Stimmung. Wir haben die Nase voll von den Römern bis hier. Seht ihr Parallelen zu heute? Ich schon. Und jetzt ein unfassbares Zitat. Würde es das nicht geben, würde ich nicht glauben, dass es da steht. Leben Jesu 87. Seite 87. Hört mal. Inmitten von Zwietracht und Streit erscholl eine Stimme aus der Wüste. Sie spricht hier über Johannes den Täufer. Erscholl eine Stimme aus der Wüste. Aufsehenerregend, ernst, aber voller Hoffnung. Was war seine Botschaft? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Ist das nicht die Kernbotschaft, die wir haben? Jesus kommt bald wieder? Kehrt um. Macht euch Gedanken über euer Leben. Das versteht jeder, ob er Atheist, Muslim oder ob er weiß ich nicht was ist. Das versteht jeder. Leute, Jesus hat versprochen wiederzukommen. Wir sehen die Zeichen der Zeit. Es ist besser, du bereitest dich darauf vor. Ist das schwierig? Was muss ich gelernt haben? Wie viele Seminare und Schulungen muss ich durchlaufen haben, um das sagen zu können, Menschen? Weißt du, ich kann es dir nicht richtig erklären, aber ich glaube, dass Jesus wiederkommt bald. schau, die Bibel spricht davon. Johannes 14, 1 bis 3, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen, dass ihr da seid, wo ich bin. Ich meine, das kann jeder von uns. Offenbarung 22, Vers 17, der Geist und die Breiut sprechen, komm und wer es höre, der komme und spreche, komm und komme. Das kann jeder. Dazu brauche ich keine Schulung. Dazu brauche ich nicht Evangelist zu sein oder Prediger. Leuten zu sagen, Leute, Jesus kommt wieder, weißt du das? Bist du dir sicher, dass du bestehst an dem Tag? Was muss ich tun, um Jesus mit Freuden zu begegnen? Das sind Dinge, die wir alle können und Gott gibt uns Gelegenheit dazu und jetzt hört das Zitat. Unfassbar. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Ich zitiere weiter. Alle, die diesen Ruf hörten, es ist unfassbar, diesen Ruf, welche Kernbotschaften? Wiederkunft, Himmelreich ist herbeigekommen und der Aufruf zur Umkehr. Genau das Anliegen der drei Engelsbotschaft in Offenbarung 12, 11, 14. Buße, Umkehr, die Sünden Babylons werden aufgedeckt, umkehren, man kann ja gar nicht umkehren und Buße tun, wenn man nicht weiß, was falsch läuft. Deswegen steht in Apostelgeschichte 2, 38, als die Leute bei Pfingsten jetzt durchs Herz ihnen geht, als Petrus predigt zur Pfingstpredigt, da sagen sie, Vers 37, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Ich wünschte mir, dass auf den ganzen Demos in Deutschland das der Grundtenor wäre, dass die Menschen sagen, was sollen wir jetzt tun? Und viele davon sagen das. Und während manche in der Gemeinde sitzen und Däumchen drehen und sagen, oh, das ist so, sind andere Geschwister dort und verteilen große Kämpfe. An einem Tag 4.000 Stück in Konstanz. 4.000! Wer weiß, was aus dieser Frucht geschieht? Und das sind viele, die jetzt sich die Frage stellen, was muss ich tun? Dann ist die Antwort in Vers 38 auf die Frage, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Sie schlagen sich auf die Brust. Die Antwort von Petrus ist, tut Buße, so ein Zufall, genau die Kernbotschaft von Johannes. Tut Buße und ein jeglicher lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann geschieht es. 3.000 Leute werden getauft an diesem Tag und der Heilige Geist wird ausgegossen und die Gemeinde wächst in unglaublichen Dimensionen. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft. Ich lese weiter. Alle, die diesen Ruf hörten, wurden von einer nie gekannten Macht bewegt. Wow. Verstehen wir das? Im Ernst, ich will hier nicht übertreiben oder exzentrisch werden. Verstehen wir, was da steht? Diese einfache Botschaft, der predigt, dass das Himmelreich nahe ist, dass Jesus bald wiederkommt und die Botschaft, die Leute aufzufordern, nachzudenken über das ist, was ich hier mache am Abend, nichts anderes. Ich frage die Leute, bist du dir sicher? Dass du nach der Wahrheitsfrage die richtige Methode anwendest. Das ist eine ganz einfache Frage. Überdenk mal deine Methode, wie du denkst, was ist richtig und falsch. Und wenn du falsch das machst, dann kehr um. Tu Buße, kehr um. Das ist der Gedanke. Das ist nichts anderes, was wir tun können. Aber das Schöne ist, dass gesagt wird, wenn wir das tun, wird Gott mit seinem Geist eine Macht wirken lassen an den Herzen der Menschen und an ihren Gedanken. die ich nicht produzieren kann mit keinem Vortrag und keiner Predigt. Das kann nur Gott tun. Diese Abhängigkeit, genau zu tun, was Gott sagt. Wenn ihr diese Stimme hören werdet, dies ist der Weg, den geht, nicht rechts, nicht links. Wie teilen wir unsere Gemeinden ein? In links und rechts. Liberal und konservativ. Und ihr fallt darauf ein. Ich falle darauf nicht rein. Es gibt es gar nicht, diesen Kampf. Es ist ein Pseudokampf, liberal, konservativ. Denn die Bibel sagt ganz klar, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Liberal ist Fleisch und Blut, ja oder nein. Konservativ ist Fleisch und Blut, ja oder nein. Ja, es ist nicht unser Kampf, vergesst es. Lasst euch nicht verwickeln in diesen Kämpfen. Unser Kampf ist gegen Dämonen, gegen die Fürsten der Welt, gegen die Mächte der Finsternis. Und das ist so wichtig, diese Macht, die ich nicht produzieren kann, die der Heilige Geist wirkt in den Menschen, wird dazu führen, dass es eine große Ernte gibt. Die ist reif, du siehst es. Tausende von Menschen stehen auf und wollen die Wahrheit wissen. Und jetzt, Geschwister, bitte, es gab noch nie eine Zeit, in der es fataler und schlimmer war, sich zu Hause einzusperren, die Gemeinden abzuregeln und zu sagen, was soll man machen, warte mal, bis das alles vorbei ist. Nein, geht zu den Leuten, wo sie sind. Geht zu den Demos, nicht mit Plakaten und Bannern, sondern geht hin und redet mit den Leuten. Gebt ihnen ein Buch, gebt ihnen ein Traktat, gebt ihnen eine Predigt, ein Video, eine DVD und lasst Gott wirken, was er machen will. Habt keine Berührungsängste, das sind keine aussätzigen Menschen. Sie handeln meines Erachtens falsch, weil es nichts verändern wird im Staat, nichts verändern wird in dieser Weltgeschichte, diese Proteste, weil die Veränderung muss von innen kommen, die Menschen müssen sich hier drin bekehren, nicht eine neue Partei gründen oder eine neue Bewegung, eine Freiheitsbewegung. Das wird nichts ändern auf dieser Welt und das Mahlzeichen wird genauso kommen und die meisten, die jetzt schreien, werden mitmachen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, was jetzt zu tun ist. Der Geist sagt ganz klar, sorge dich nicht um Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, sondern fokussiere dich auf das Vorwärtsgehen. Gott hat gesagt, geht hin in alle Welt. Wirklich? In alle Welt? Wie weit geht alle Welt? Bis zur Stadtgrenze von St. Gallen? Für mich heißt alle Welt, da wo Gott mich hinhaben will. Ich bete und sage, lieber Gott, wo möchtest du, dass ich sein will, wo ich sein soll? Das habe ich gemacht mit meiner Familie. Ich war zwölf Jahre Prediger. Ich liebe diesen Beruf in der Bezirk, im Gemeinde. Ich liebe diesen Beruf. Aber wir haben immer gebetet, lieber Gott, was willst du, dass wir tun sollen? 2012 bekam ich einen Ruf nach Kenia. Ich habe den angenommen, weil ich wusste, das war eine Antwort auf mein Gebet. Und was dann dort passiert ist, ist unglaublich, wäre nicht passiert. Hätte ich gesagt, da gibt es Leute, die sind viel besser geeignet. Verstehen wir? Das ist Gottes Sache, wo du sein sollst, nicht deine. Es ist Gottes Sache. Bete darum, was der Geist der Gemeinde sagt. Wenn Gott will, dass du deinen Job kündigst und in eine andere Stadt gehst und dort eine Hausgemeinde gründest oder einen Bibelkreis und die Leute einlädst, dann tu es. Sag nicht, ich habe hier so einen tollen Job. Gott hat was Besseres. Wir sollen gehorchen. Wir sollen das tun, was Gott jetzt sagt. Wir landen. Es ist unser Vorrecht, Geschwister, und ich sehe das so. Ich habe gestern ein wunderbares Gespräch gehabt mit lieben Menschen, die jetzt auch hier unter uns sitzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sage dir ganz offen, ich betrachte es als ein Vorrecht, Adventist zu sein in dieser Zeit. Für mich ist das ein Vorrecht. Ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Jemand, der sehen und hören kann, aber Adventist sein heißt nicht automatisch, dass ich sehen und hören kann, nur weil ich ein Adventist bin und mein Mitgliedsname irgendwo in der Liste steht. Ich fange an zu sehen und zu hören, weil der Geist Gottes mich führt und leitet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann mein Name noch so sehr auf einer Mitgliederliste stehen. Es ist besser, er steht im Lebensbuch als in einer Mitgliedsliste. Und das ist wichtig. Wahrlich, ich sage euch, Vers 17, Matthäus 13, 17, das haben wir noch nicht gelesen. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und sie haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und sie haben es nicht gehört. Und ich frage mich, was würde Paulus heute schreiben, wenn er den Brief nochmal schreiben würde? Der würde sich überschlagen an den Dingen, wo er sagen würde, ja Wahnsinn, was heute geschieht, was ihr seht und hört. Leute, Jesus kommt. nicht mehr hier, nicht mehr hier, Jesus kommt. Leute, ich habe vor zwei Tagen am 22.10. wurde auf einer Webseite, eine offizielle Webseite von jüdischen Rabbinern, die höchsten jüdischen Rabbiner, die haben eine Organisation in Israel, da haben sie ein Ding drauf gesetzt auf ihre Seite, ich habe mir das runtergeladen, Schlagzeile, wir brauchen einen interkonfessionellen Ruhetag. Jetzt, nach Corona, müssen wir beginnen, sagen sie, ich fasse das zusammen, lese den Artikel und wisst ihr, wie es mir geht? Ich kann kaum noch auf dem Stuhl sitzen. Ich renne runter zu meiner Frau an die Küche und sie sagt, weißt du was, was ich gerade gelesen habe, das, was wir seit Jahrhunderten glauben, was im Geist, im großen Kampf in dem Buch steht, dass die Menschen fordern werden, es wird ihnen nicht aufgedrückt, sie fordern einen gemeinsamen, internationalen, interkonfessionellen Ruhetag, Feiertag. Na ratet mal, wer das sein wird, welcher Tag. Denn sie sprechen schon darüber, sie sagen, wir brauchen einen Tag, der das Klima rettet, an dem die Familie zu Hause bleibt, die Fabriken zumachen, das Klima und jetzt gibt es Studien darüber. Ich habe eine Studie, glaubt mir es oder nicht, ich sage euch nicht, ich lüge euch nicht an, ich habe eine Studie von einer internationalen Komitee, das beauftragt wurde, von den Vereinten Nationen zu studieren, wie viel CO2 gespart werden kann, wenn ein Tag in der Woche kein Industrieleben läuft auf der Welt. Keine Fabriken offen, Autoverkehr in Großstädten verboten und so weiter. Und sie sagen, 22% CO2-Ausstoß würde gewonnen werden durch einen Tag, wo die ganze Welt runterfährt. gleichzeitig dazu fordern jüdische Rabbiner, dass es einen interkonfessionellen Feiertag gibt. Leute, hört ihr die Glocken? Jesus kommt. Wir stehen kurz vor der Wiederkunft und jetzt geht es nicht darum, dass wir uns beeindrucken lassen durch irgendwelche Parolen und durch irgendwelche Agendas, die mir egal, welcher Staat das hat. Es geht darum, was sagt jetzt Gottes Geist der Gemeinde, was zu tun ist. Und das, was wir jetzt zu tun haben, ist, ich könnte es jetzt wiederholen, ich habe es mittlerweile auswendig, was sollen wir tun? Was ist das einzige menschliche Mitwirken zur Vollendung des Werkes? Lehren und Praktizieren des Wortes Gottes. Das ist, was gehört. Bekehrte Gemeindeglieder, bekehrte Gemeindeleiter, bekehrte Prediger, bekehrte Brüder und Schwestern, bekehrte Jugendliche, die tun, was sie glauben und nicht nur reden. Das ist, was jetzt passieren muss. Wenn das passiert, wird Gott mit einer übernatürlichen Macht Licht auf uns scheinen lassen. Das ist eine Prophezeiung in Jesaja 60 und eine Prophezeiung in Jesaja 58. Über dir wird aufgehen die Herrlichkeit des Herrn und die Völker werden es sehen und werden zu dir strömen. Aber Gott kann dieses Licht nicht so leuchten lassen, weil wir reden, machen Parteien und dieses und das und jenes, Black Lives Matter und Grünes und das und Leute, vergesst das, das ist alles Ablenkungsprogramm von der Kernaufgabe, die wir momentan haben. Den Menschen die Wahrheit zu sagen und ihnen vorzuleben, zu tun, was die Bibel sagt, nicht nur darüber zu reden. Beides. Und deswegen sehe ich es als ein Vorrecht, in dieser Zeit jetzt Adventist zu sein. Denn wir haben einen Auftrag, wir haben einen Auftrag, den wir nicht uns selbst gegeben haben. Und ich schließe mit dem letzten Zitat. Wer wissen will, wo es ist und nachlesen will, das müsste hier Zeugnisse 8, 75 sein. Auf der Gemeinde ruht eine ernste Verantwortung. Gott erwartet viel von der Gemeinde und der Jugend, da sie in einer Zeit größeren, lichtes und zunehmender Erkenntnis leben. Sie, also die Gemeinde und die Jugend, ist berufen, dieses Licht und Wissen auszubreiten. sie soll Irrtum und Aberglauben aufdecken. Nur für diejenigen, die sagen, nee, wir müssen immer ruhig halten, bloß nicht sagen, was falsch ist. Falsch. Selbst die Bibel sagt, habt keine Gemeinschaft mit der Finsternis, sondern deckt sie viel mehr auf. Aber Finsternis aufdecken geschieht wie am besten, sagt mir es wie. Wie kann man Finsternis, wo kann man eine Ecke, die da murdert im Finsteren, wo der Müll liegt und wo das eklige verborgen ist, was keiner sieht, keiner auffällt. Wie kann man das aufdecken am besten? Durch Licht. Wenn du Licht bist, mache dich auf, werde Licht. Jesaja 60. Ihr seid das Licht der Welt. Das Licht kann nicht verborgen bleiben, sagt Jesus, wenn es auf einem Berg steht. Aber wenn es ins Tal geht, das Licht, was heißt es ins Tal? Ihr habt ja viele Berge hier. Was ist, wenn eine Stadt mit vielen Lichtern in einem Tal ist? Siehst du nichts mehr? In Tal heißt, ich verstecke mich. Ich möchte nicht besonders sein, ich möchte auch nicht außergewöhnlich sein, ich möchte so sein wie alle. Deswegen schließe ich mich der Ökumene an, deswegen schließe ich mich interreligiösen Konfessionsverbindungen an, deswegen laufe ich so wie die anderen, ich kleide mich wie die anderen, ich rede wie die anderen, ich esse wie die anderen, damit ich bloß nicht auffalle. Aber Gott hat in all dem, was ich gerade gesagt habe, vom Aussehen bis über das Essen, wie ich rede, was ich tue, hat er gesagt, ihr seid herausgerufen, Ekklesia, ihr seid Berufende, Erwählte. Jetzt habe ich das Zitat wieder kaputt gemacht. Sie sollen Irrtum und Aberglaube aufdecken, die Gemeinde und die Jugend, die das Gemüt vieler verwirren und verdunkeln. Gott macht uns für alle Gelegenheiten und Vorrechte verantwortlich, die er uns gegeben hat. Die vor uns liegende Aufgabe beansprucht unsere eifrigsten Bemühungen, damit Gottes Werks sich so entwickeln kann, wie es die Zeit jetzt erfordert. Es ist eine feierliche Erklärung und ich möchte es dabei belassen. Sind wir wirklich bereit? Gott wartet schon lange, das Werk abzuschließen. Was ist übrigens das Abschlusswerk? Was ist es? Fleischig sein und viel rumrennen? Was ist das Abschlusswerk? Was haben wir gelesen? Was ist das Abschlusswerk Gottes auf dieser Erde? Ich habe es erwähnt. Dass das, dass die Natur Jesu in die menschlichen Herzen eingepflanzt wird. Wie geschieht das? Durch den Heiligen Geist. Was ist unsere Aufgabe dabei? Das Lehren und Praktizieren des Wortes Gottes. Ist das schwierig zu verstehen? Können das Kinder verstehen? Und wie? Warum machen wir es nicht? Es ist keine Zeit, um uns zu verstecken. Es ist keine Zeit, die Bühne denen zu überlassen, mit Plakaten und Transparenten und mit schwarzen Fäusten rumrennen. Das ist keine Zeit, denen die Bühne zu überlassen. Jetzt ist die Zeit, klug zu sein und genau das zu tun, was Gott möchte. Und in dem Sinne möchte ich mit den Worten schließen, die Gott diesem Michael Hingson gesagt hat. Ich habe sie mir auswendig gelernt, weil ich gemerkt habe, das ist das biblische Mandat. Das ist das biblische Mandat. Sich nicht zu verrennen in Dingen, in Angelegenheiten, die nicht meine Aufgabe sind. Wie war das? Was sagte Gott durch seinen Geist diesem Mann und hat ihn dadurch das Leben gerettet? In Chaos und Terror? Mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst. Ich möchte es heute euch zurufen. Mach dir keine Sorgen um das, was du nicht kontrollieren kannst, sondern konzentrier dich auf das Vorwärtsgehen. Gebe das Wort weiter. Sei ein lebendiger Zeuge. Sei Licht in der Finsternis. Sei gehorsam dem Wort Gottes. Und er wird dich benutzen als Werkzeug, das Licht bringt in deine Umwelt, in deine Umgebung. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Gebet jeden Tag. Dass wir das tun. Die Zeit ist reif. Jesus kommt wieder. Und ich habe keinen Zweifel dran, dass es nicht mehr lang dauert. Keinen Zweifel. Und ich glaube, dass es viel schneller passieren wird, als wir ahnen. Es ist kein loses Geschwätz. Ich könnte darüber Vortragsreihe halten, warum ich das glaube. Aber das ändert nichts. daran, dass wir es selber studieren müssen. Wir müssen jetzt selber die Nase reinstecken. Und am besten nicht ins Handy. Auch wenn ihr eine Bibel drauf habt. Ich sage euch warum. Noch zum Abschluss. Wenn ihr eure Bibel nehmt. Ich mache das auch manchmal, wenn es schnell gehen muss. Zack, 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 zack. Schnell hast du den Bibeltext. Aber wenn ihr richtig tief studiert, andächtig studiert, legt das Ding weg, nehmt eine Papierbibel. Wisst ihr warum? Weil hier drin keine Apps zu finden sind, mit Bildern drauf und Videos. Da kann kein Telefon klingeln hier drin. Da kann kein Chat-Anruf klopfen kommen. Nichts. Nichts. Ihr habt nur das Wort. Nichts anderes. Also ich mache das, wenn ich wirklich abschalte, dann nehme ich nicht meine digitalen, dann nehme ich nur mein Schwert. Mache ich auf und dann höre ich Gottes Stimme. Und das empfehle ich jedem. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam ein Lied singen als Bekenntnis jetzt, bevor wir zusammen beten. Ich habe das bewusst ausgesucht. Nicht einfach, na, was singen wir mal heute. Nehmt es als ein Gebet und als ein Bekenntnis. Es ist so erbauend und ich wünschte mir, dass es jetzt in unserer Zeit sich erfüllt, was wir jetzt singen zusammen. Und ich lade euch dazu ein. Ja, exakt. Ist da unten. Wir bleiben dann im Anschluss noch stehen zu einem Gebet.